Was ist das für ein Spur starten? Ja, ich habe einen anderen Fettig. Was ist überhaupt nicht? Was ist das für ein Spur starten? Welche Miene? Wissen Sie, wenn man verschiedene Orten von Mienen legt? Nein, ja. Ja, du weißt das, erzähl es uns. Aufgetrechnen auf den Linksklubb und irgendwas auswählen dann links. Drum bleiben, auf E. Ja. Dann kannst du nämlich nach unten drücken. Also Läse-Mien kannst du vergessen, weil der Leuchten war in Christbaum und Sengab, dass er in der Läse stark erdoppelt. Äh, Giftmiene. Weichreck vom Verordnanzkasten. Und, äh, so dass die Gegner da in der Läse stark erinnern. Schon sind sie tot, also. Also du siehst, dass man mitreckt. Verrägts keinem mit, dass man durchregt, aber irgendwann fallen wir da drin. Ja, zwei Stück jetzt auch noch ein Eingreffen. Aber, Eingreffen bringt ein Leben. Ich weiß doch, ob sie sich immer zeigen können. Also links rumbleiben. Links rumbleiben. Er merkt sich die letzte, letzte gewählte Miene. Es können maximal drei Mienen gleichzeitig drücken sein. Vor jedem von euch. Wieso? Die Fichten sind auch cool. Also, egal welche Miene. Jetzt ist es doch gerade gekriegt. Irgendwer von euch ist doch zwei dort gekriegt. Soll ich. Ja. Da ist auch nicht. Da ist auch nicht. Da ist auch nicht. Ich finde genau, da ist es euch. Nein, nein, nein. Ich denke, jetzt wird sich gut nicht liegen. Ja. Aber, okay. Wenn das ganze. Denn gut, wie passt jetzt halt ihr? Äh, in der Süße mir das 4. Schatt. Nur 7. Das Ding ist riesig. Nein, ich bin da. Nö... Nein, nein. Ich bin da schon. Ah, klar, es ist riesig. Ich gehe jetzt auf einen Wann. Einmal. Einmal, einmal, einmal. Einmal. Aber ich habe noch mal ein paar Aufmerksamkeit. Aber der Empfehlung ist der Einwände, dass die Einwände mitайв haben. Aber das wird die Aufmerksamkeit für die Einwände behandelt. Da war, heute ist der Aufmerksamkeit, bei der wir uns nicht bestand. Aber da sind die Aufmerksamkeit zu machen. 27 per 8 wurde irgendeiner. Jetzt bin ich nicht sicher. Warte da hell, wie soll ich hier machen? Warte, das kann ich gar nicht machen. Warte, bist du vielleicht nicht da? Nein. Gut. Jetzt kann ich mich nicht sehen. определiert das psychisches. Trennen von meinem anderen sitzen. Du gehst weg oder dem Wein? Nein, das ist doch nötig. Cool. Ich habe einen Mergenary eingespielt. Schau. Danke, um, warte. Ich hoffe, du findest Epic Battle. Das ist die beste Faktik. Das ist genial! Ich glaube, du bist so. Es ist echt Epic. Ja, jetzt holst du mich rein. Nein! Jetzt holst du mich rein. Was ist jetzt schon mal objektiv? Nein, ich verpiss dir voll, dass du gar nicht mehr bist. Okay. Ich muss sagen, du meinst nicht mehr. Ein Mann halt. Bist du mir nicht mehr? Ja, ich bin zu sagen. Früher war ich zu sagen. Ich hab gemeint, das war ja der Turm und der ist sehr schlecht gespielt. Das wär zu leicht gespielt, wenn du mir nicht mehr. Jetzt noch viel. Das ist in der Teichdurbel zuerst mal ein wenig reinzukommen. Oh, F***! Jetzt nimmt alles wieder zurück. Uaah! Mottoekombe! Oh, F***! Jetzt hab ich andere geschossen. Schau dir das an! Tom! Tom! Ich schau keinen Kondom nachher. Ich hab alles rum. Scheiße! Ah, gut, ich komm auf die Menge raus, ey. Das ist der Stärke für mich. Das ist dann bei mir, ey! Zieh mir doch gleich, ey! Ne, ich war Schluss, würde ich sagen. Mach nichts. Holz ein bisschen auf, das kann man auch noch was macht. Du wirst nicht schlafen, wo ich herkomme. Boah! Jetzt kommt nicht mehr rein. Das ist der Wahnsinn. Der lauert schon auf mich. Der lauert schon auf mich. Ne! Ne! Herr Kunde sitzt echt nicht mehr. Der lauert schon auf mich. Der lauert schon auf mich. Ne, das wäre anders. Aber ich schätze mal. Manhole? Also... Manhole ist scheiße. Du musst meinen. Kannst du kurz bist, oder? Schlau. Ah, bis hinter mir. Ja. Nein, jetzt hab ich abgefallen, ok? Na, nein. Guck mal. Das ist zübtisch. Ja, ich tue ... Du hast öfter für Energie. Oh! Wurft dir jetzt? Ja, ist viel gesungen. Was? Es ist ein bisschen besser. Genial. Ist das ein bisschen? Ein bisschen besser. Ah. Nein Okay, geht los Okay, geht los Okay, geht los What the hell Durch den Luch Ich weiß nicht, was du spielst denn die Leute sind immer vollkommen anjub Cool Gut, gut Was sind denn denn mal Dinge zum Abspielen? Ich weiß es ja Ich kann den Abspielen Na, wir müssen alle Zweifel wieder auskommen Nein, nein, das ist ja Ja, beim Ding, beim Woppele Woppele, warum? Ne Wäldig, ne Türen wir mal Kuh Kann man irgendwann rückwärts heute machen Kann man irgendwann rückwärts heute machen Ich will jetzt einfach mal mitnehmen Hup Etwas, irgendwas nicht Das kann kein Objektiv sein Es ist zu leicht Doch, da habe ich es nur freigeschalten Die sind nicht gecheckt, siehst du doch nicht Jetzt sind wir im Backel für wild erwähnt Dass noch eine ganz neue Objektiv Freischalten jetzt gekämpelt sein BÄM BÄM Vor allem, wo? Du musst halt ein Stück weg Ich seh, ich seh Either way, ein paar Dumpen abgerollt Vorne ist der Objektiv Auf der echten Seite Aber das Problem ist, der hat irgendwo ein Miniging Gelt aufgeschnitten Der weg sehen, dass der Tom ein Miniging sagt Hi Hi Ach komm, das ist echt der Wahnsinn Nächste Woche Es scheint nur noch 10 Uhr Watching Stefan Sehr interessant Zum Korridor hast du mit, meinti Ok, springen sie einmal vor dir gewinnt Wow Oh Oh Was schreißt du denn überall? Ich bin überall Oh 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 Das ist doch irgendwas anderes Der hat so ein Gift Ding Von der Giftfeile im offenen Weg Ah Oh geil Aber hier hab'n Giftfeile entfernt Finde aus. Das sagen du. Du nimmst eigentlich so Giftenfall. Na? Giftenfall, was darf bloß? Bloß kommt hier zum Autoknall ins Rücks. Das ist nix, das ist ein Lampen. Guck da hin. Aber gut, schau es jetzt. Auf rechts ist es gerade nicht. Jetzt wird es gut. Sorry, du. Scheiße. Jetzt erwähne ich mich. Wer ihn jetzt? Ich muss kurz suchen. Das ist schon gut. Der ist ja schon gut. Den Vorausgut haben wir schon neutralisiert. Wie du hast eigentlich gewusst. Das war dann wirklich gut geworden. Ja, das ist gut. 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 17, 49, 31, Hay�um, Hay boiling, Hay conversion order. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ah, das ist ein einfaches Objekt. Ich hab doch vorher den halt. Ich hab doch vorher den halt. Also mein ich zumindest. Na, na. Das war brav, aber... Kann ich machen, mir schlecht. Das soll nicht wahr sein. Tau. Täter. Das ist eigentlich nicht. Ich schei's nicht. Wir kennen den eigentlich. Dass er geschockt ist, und ich steh trotzdem. Was? Haben Sie beiden, die einen kommen da? Ich weiß nicht, wie zentral ich vielleicht jetzt. Das ist irgendwie schmau. Das soll nicht vor allem. Das ist irgendwie irgendwo, wo es nix gibt. Das ist irgendwie auch. Aufsdicht, aufsdicht. Das ist ja weg. Ja. Oh. Oh, zirka. Das ist ein kürzahnbuch. Alles schlecht. Nein, der hat jetzt eine Fosse in der Tür gehofft. Und das ist alles in der Tür gekommen. Ja. Aber nicht schlecht. Hm. Ich weiß nicht, ob ich was auskennen wollte, aber irgendwie objektisch sein. Da oben ist sonst. Ja. 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 Ja, da kommt mir gleich bloß zu treffen. Ja, da kommt mir gleich los zu treffen. Ja, jetzt müssen wir die nicht gehen. Ja, ja. 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 Mit. Mü Modernen. Na ja. Du musst los los spielen. Du hast die Schöldner. Und er war die Schöldner. Ja. Nein, genau. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Wo bin ich? Wo bin ich? Sündert. Nein, Gott. Fix. Sieh ich wieder. Okay, das ist schon so. Oh, wie war das? Wunderbar. Wunderbar. Scheiße, das gibt es echt nicht mehr. Guck, abgedeckt. Uua, es ist Sinn. Ah, ich hab nur noch jeden Pieker nach wie lange. Okay. Dass du eigentlich überhaupt Mosk und Umbringer kommst, ist schon okay. Natürlich. Der Bus soll durchspringen. Ja, aber... Wenn ich gerade nachgekomme, dann hab ich irgendwie... Das ist eine tolle Kre-Attacke gesteuert. Alles schlecht. Jetzt muss ich einem Bus die hässlichen Rufen aufzeigen. Mist. Wir sind älter wie ich auch bin. Uua. Wann haben sie? Unterholt. 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 Schaut halt hier wie. Oh. Ich würde davon wissen, sei. Scheiße. Ich sehe es nicht. Also, ich wollte nicht, dass wir eine Kamera reinnehmen. Genau. Und genau den Weg ausschaut, wo ich eigentlich... ...wann geht es. Genau. Ich würde es mal irgendwas anderes machen. Weil die Kamera soll es schützen. Ich weiß nicht, was ja alles machen soll. Ja. Also, ich sehe nur objektiv, dass das Rechtseitsfunkel ist. Und gerade aus dem Flugzeug. Oh, 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 oh. Wieso? Huaaaah. Ton. Warte. Warte. Warte mal. Warte mal. Oh, fuaaah. Echt? Ich kann mich nicht gegen diese Kamera. Machst du dem Scheiße, oder? Schnell so verastlust Scheiße Könnte ich sagen Ja, ich kriege irgendwie so ein bisschen Wasser Kommt Ich kann jetzt einfach mal sehen, wo es so gut hat, ich hätte auch ein bisschen gesagt, das sollte nicht mitkommen. Ja, deshalb. Das sollte nicht mitkommen. Das haben wir jetzt die... Ja, ich habe mich beschlossen. 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 Ich habe keine Ahnung, wo der Objective Sun. Wow! Alter! Ich habe mir immer gemeldet, oder? Weil du kennst jetzt eigentlich so kunden. Ich kenn keinen kunden. Ja, der fährt. Aber die fährt. Irgendwann sind die Schärfe. Auf Autorücken. Scheiße. Der hat taugt halt. Jetzt gibt es echt nicht mehr. Jetzt bin ich mir da auf hier sein. Der Teile sind die Dinge voll gereg. Was? Die Objectives. Da komme ich an den Korn, wenn man sie nicht mehr droppt. So schön gut, dass ich da war, oder? Ich hab keine Ahnung, wo du hast dann. Ohne meinen Papier rein. Ich muss auch ohne die Garten nicht mehr. Schauen wir mir jetzt rechts rein. Und da unten auch, oder? Ja, genau. Mit der anderen Seite. Moment. 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 Ich kann sehen, dass ich jetzt nicht nochmal bin. Im Prinzip ist die ganze Zeit der Scheiß-Fanschein, der ich. Ein Schlescheinwerfer. Ich denke, er ist unter mir. Ja. Ja. Du weißt genau, wo ich bin. Du weißt doch nicht, oder? Ja. Hol dich doch. Nehmen wir doch noch. Oh, tschüss und so. Tschüss und so. Der muss gehen, dass ein Kronik aus jetzt so... Wenn du nicht, es reicht auch für den Siebt. Schau dich direkt an. Das ist schon jetzt weg. Und was ist am Schluss? Das ist im Maschinenraum. Der ist explodiert. Der Zest ist explodiert. Das Ding muss explodieren kommen. Das ist gerade explodiert. Wo du da jetzt mal die Wartnerin gehörst. Und dann mach ich nicht mehr. Probe! Der andere war sehr cool. Nimm die SMG. Ich sag dir, ihr nehmt die SMG. Die normale hat so einen Kreis Schussradius. Und die SMG hat so einen Kreis Schussradius. Die SMG trifft sie. Und das legt sie mir ab. Und mein Dingspops. Und nein, du wirst nicht die Schradotze nehmen. Ich glaub nicht, dass das klar ist. Jetzt schreibst du. Jetzt zeigst du das. Ich glaube ja. Wir müssen hier aufzunehmen. Und jetzt muss ich lauter Zeit geben. Und die SMG hat die was gesagt? Wie sagt man? Ich kann das dort finden. Ich such dir die Müller, die hast du gesagt. Die Fuhre ich darauf. X-Drucker. Ah, oder? X-Drucker war ich immer schon. Ja. Nein, du bist doch eine T-Mobile. Schieben musst du auch nicht. Schrockenflinken. Stimmengewirr oder CSMG? CSMG ist Stimmengewirr. Was ist das denn da? Ja, was ist das denn da? Ja, du willst das denn da? Ich bin Schrockenflinken, ja. Planate Taser-Beyer, ich muss gar nicht spielen, die Taser. Nein. Nein. Ja, fehlt nicht. Klaus ist der Gnuss. ... ... ... ... ... ... ...